Smart TV 2022 – Sender sortieren Es sind neue Sender hinzugekommen und du möchtest sie nach deinen Wünschen sortieren? In diesem Video zeigen wir dir, wie das funktioniert. Halte während des Fernsehens die Sender-Taste gedrückt, bis die Senderliste erscheint. Links oben siehst du die aktuelle Empfangsart. Direkt daneben stellst du ein, ob die Sender numerisch oder alphabetisch aufgelistet werden. Darunter wählst du aus, ob in deiner Senderliste alle TV-Sender angezeigt werden sollen, beispielsweise Samsung TV Plus und DVB-S, oder eine Favoritenliste. Kommen wir zur Sendersortierung. Starte mit Sender bearbeiten. In dieser Übersicht siehst du die Sendertypen-Auswahl, Favoriten, die Senderübersicht und die Optionen, die dir zur Verfügung stehen. Wähle in der Senderübersicht den Sender aus, den du verschieben möchtest. Markiere ihn mit der Auswahl-Taste. Wähle jetzt rechts die Option Nummer ändern. Verschiebe den Sender nun an einen Platz deiner Wahl. Bestätige mit der Auswahl-Taste. Der Sender wurde verschoben. Möchtest du eine neue Sendernummer manuell vergeben, wähle zunächst den Sender, dann Nummer ändern und rufe durch Drücken der Zahlen-Farbe-Taste das Zahlenfeld auf. Gib jetzt die gewünschte Senderposition ein. Ist der Sender auf dem richtigen Platz, bestätige deine Eingabe. Du kannst auch einzelne Sender sperren oder entfernen und bis zu fünf Favoritenlisten anlegen. Hast du alle Einstellungen vorgenommen, wähle Speichern und Beenden. Erstelle so ganz einfach die Senderliste deiner Wahl.